Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, damit rechnen sie nie, anzunehmen bei Orcus der Königsmörder im Vorgebirge des Hügelands an dieser Stelle. Vorquest war der Weg ins Fegefeuer. Und ihr seht, er läuft mit. Man könnte also die Quest auch auf der gesamten Insel annehmen oder vielleicht im gesamten Vorgebirge des Hügelands. Im Questgebiet sind wir schon und wir dürfen hier Gegner töten. Eins von acht. Ihr seht, das sind auch viel, viel mehr Gegner den gesamten Weg entlang hier. Zwerge des Sturmlandes brauchen wir auch. Mal schauen, wo die zu finden sind. Ich werde jetzt kurz hier diese Vorks überfliegen. Die Blutfang wachen. Und schauen, wo noch Zwerge sind. Auch Blutfang wachen, Blutfang wachen. Und ab hier beginnen die Zwerge. Geben nach oben den Weg entlang, wie es aussieht. Ich laufe mal weiter nach oben. Und mal schauen, ob da noch Zwerge sind. Und dann werde ich eine kurze Unterwechung machen. Okay, hier sind keine Zwerge mehr. Aber wie soll man dann so viele Zwerge töten? Wo sind die Zwerge? Sind die vermischt unter den Blutfang wachen? Habe ich sie etwa quasi übersehen? Blutfang wache, Blutfang wache. Auch wache. Kein Zwerg. Wie ist da auch kein Zwerg? Gut. Ich werde jetzt die Blutfang wachen töten. Und sobald ich Zwerge finde, melde ich mich wieder bei euch. Okay? Sonst ist es eine sinnlose Suche dabei. Und das Video zieht sich in die Länge. Nicht weglaufen. Euch wird geholfen. Bis gleich. Also. Ich habe diese Blutfang wachen getötet. Und dann sind an ihrer Stelle solche Gebirgsjäger gespawnt. Anscheinend muss man zuerst die Blutfang wachen töten. Dann spawnen die Gebirgsjäger in ihrem Platz. Ich weiß nicht, ob das ein spezielles System ist. Oder wie das gedacht ist. Auf jeden Fall. So ist das. Mal schauen, ob ich euch das zeigen kann. Da oben die Blutfang wachen töten. Und seht ihr? Jetzt spawnen die Gebirgsjäger. Nicht direkt an derselben Stelle. Aber in der Nähe. Es hängt irgendwie zusammen. Die töten, dann spawnen die anderen. Und das ist der letzte Gebirgsjäger, der mir fehlt. Da oben kommt auch noch einer runter. Jetzt habe ich alles zusammen. Kann ich da hochlaufen? Sobald ihr alle Mobs zusammen habt, ist die Quest abzugeben bei Orcus, der Königsmörder, der mit euch mitläuft. Im vorgebirge des Hügelangs, in diesem Gebiet auf dieser Insel. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.